Ihr sucht nach Nutzfahrzeugen, die auf euer Gewerbe zugeschnitten sind und wollt bis zu 40% sparen? Dann seid ihr bei Ford Köckler genau richtig. Wir liefern den Mehrwert für euer Business. Kommt mit und steigt ein. Wir liefern euch 5 gute Gründe, warum ihr bei Ford Köckler einkaufen solltet. Wir haben eine riesige Auswahl von über 1200 Nutzfahrzeugen von Ford hier für euch auf Lager. Vom kleinen bis mittleren Kastenwegen über den ganz normalen großen Kastenwagen oder auch die Pritsche. Ladefläche ohne Ende. Ihr braucht eine Anhängerkupplung oder wollt schwere Last transportieren? Kein Problem. Wir haben bestätig eine Auswahl von über 300 Ford Ranger für euch verfügbar. Der Pick-up schlechthin. Für den Personentransport haben wir für euch den Toneo Custom oder den Transit als Kombi- oder als Busvariante für euch verfügbar. Auch bei der Kraftstoffart habt ihr die Wahl zwischen Diesel und Benzin oder der umweltbewussten Hybridvariante. Wir sind offizieller Ford Gewerbepartner und Transitcenter. Das bedeutet für euch attraktive Preiskonditionen, Finanzierungskonditionen und Resinkonditionen und sogar bis zu 40% auf die unverbindliche Preisempfehlung sind drin. Und wir als eure Ford Nutzfahrzeugexperten stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Vom Montag bis Freitag sind wir täglich bis 22 Uhr für euch erreichbar. Wenn also kurzfristig Bedarf an einem Nutzfahrzeug besteht, sind wir für euch da, während andere noch schlafen. Persönlich, vor Ort oder via Telefon. Oder via E-Mail oder WhatsApp. Ganz wie ihr mögt. Auf ford-ködler.de könnt ihr die Fahrzeuge bequem online filtern und ganz nach euren Wünschen bestellen. Der Knaller. Wir liefern euch das Fahrzeug in ganz Deutschland kostenfrei aus, gerne auch direkt vor die Firma. Schnell, sicher, bequem. Wir sind Europas größte Ford-Ausstellung mit insgesamt über 2000 Ford auf Lager. Gern sehen wir auch bald euer Ford-Gewerbepartner. Wir freuen uns auf euren Besuch hier in Bad Nauheim oder online auf ford-ködler.de Das ist Ford-Ködler mit Europas größter Vord-Ausstellung. Das ist Ford-Ködler.